Hier ist euer Papi, Let's Play am Start. Wir spielen aus dem Dorsor. Es wird bestimmt 2, 3 oder 4 Minuten Video, weil ich muss schnell beeilen, weil ich muss dann direkt wieder losgehen zu einem Termin. Donnerstag ist ganz selten, kommt immer zu mehreren Terminen. Wer hat ausgesucht, dass die hier in den Teletowers landen? Wer hat das ausgesucht? Ich. Ich dachte, die geht dann schneller. Alter, die hat irgendwas gebumpt. Ja, die hat schon mehr gebumpt. Ich hab nur einen Raketenwürfer. Oh, wie viele sind hier gelandet? Gefühlt die ganze Lobby. Ja, locker. Ey. Au. Ja, angeblich. Hä? Hat er bei dir eine Pistole? Bei mir hat er... Bei mir hat er... Bei mir hat er die Stein... Stoß... Pistole... Die ganze Zeit in die Hand. Ja, der hatte beide Pistolen. Aber hat er schnell gewechselt dann? Aha, du hattest einen Schieße also? Ja, kackt auch immer. Komm, hilf mich doch! Alter. Oh, Mann, ey. Oh, hat er dich schon... Lass mich. Lass mich. Hat er dich schon zehnmal wieder geholt, wieder. Hier! Hier! Hier wird der Typ wiederbelebt. Da kommt keiner. Doch jetzt. Ja, ist er schon wiederbelebt. Komm, hol den! Ah, einer hat nur 40 HP. Ja, hab ich gesagt, geht da nicht runter. Ja, und der andere ist jetzt down. Und damit ciao. Ciao. Und ciao. Mal Spaß. Da kommt der. Ja. Und so, Leute.